Ein natürlicher Lippenaufbau, das ist das Geheimnis, wenn man hier über 15 verschiedene Techniken für einen Lippenaufbau anvisieren kann, um das perfekte Ergebnis hinzubekommen. In diesem Fall ist es eine Unterlippenaufbautechnik mit einem dezenten Oberaufbau und dann hat man ein sehr, sehr schönes und natürliches Ergebnis, passend und harmonisch zum Gesamtgesicht.